Ich freue mich, dass du da bist, dass wir jetzt hier miteinander Zeit verbringen. Mein Name ist Nicole Davidow, ich bin Live- und Beziehungscoach, Experte im Thema Manifestation und habe hier heute einen kurzen Power Talk für dich. Und zwar sind wir jetzt im neuen Jahr angekommen, 2024, crazy shit. Es ging jetzt irgendwie so schnell, aber ja, das bedeutet einfach, dass wir eine weiße Canvas haben, die wir jetzt neu bemalen dürfen. Wir haben ein ganz neues Kapitel, was wir schreiben dürfen für unser Leben. Ich finde immer, die kollektive Energie von 2024 oder auch von den ganzen anderen Jahren, die kollektive Energie gerade, ist einfach hoffnungsvoll und voller Inspiration. Und oft natürlich fällt dann diese Inspiration und diese Hoffnung auch ganz schnell wieder, bei den meisten Menschen leider, aber nicht bei dir, weil du bist hier und du holst dir jetzt gerade eine ordentliche Portion Power für dein neues Jahr. Und ja, morgen startet bei mir auch der Manifestation Bootcamp. Also wenn du da noch weitere Inspirationen brauchst und vor allen Dingen, ja, wenn du wirklich dieses Mal an deinen Zielen dranbleiben willst, dann komm unbedingt in den Bootcamp, weil du bekommst von mir einen super powerful Actionplan. Und ich freue mich so sehr, mit dir ins neue Jahr zu starten. Also von daher, morgen geht's los. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal ganz viel Inspiration bei diesem Power Talk. Und ja, bis gleich. Was passiert, wenn du in diesem Jahr die Entscheidung triffst, dass das Leben für dich ist? Dass quasi jede einzelne Erfahrung, die du bis hierhin gemacht hast, dir gedient hat? Was glaubst du ist möglich, wenn du dich in 2024 zu 100% annimmst? Mit all deinen Facetten, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen? Ja, du darfst vergangenen Erfahrungen eine neue Bedeutung geben. Du darfst sie neu interpretieren, sogar dankbar sein für die Learnings, die sie mitgebracht haben. Denn jeder Moment hat dich genau zu diesem Menschen gemacht, der du heute bist. Deine Geschichte, einzigartig, wertvoll, wichtig. Was braucht es, dass du das in 2024 endlich erkennst? Weißt du, du hast die Macht, dich in jedem Moment für dich zu entscheiden. Du hast den freien Willen und darfst dich für dich entscheiden. Für deine Bedürfnisse und für dein schönstes Leben. Jetzt nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug ein. Und leg mal für einen Moment die Hände auf dein Herz. Spüre hier mal in deine Füße hinein. Zaubere gern ein leichtes Lächeln auf dein Gesicht und triff jetzt die Entscheidung. In 2024 lerne ich mich selbst neu kennen. Ich werde meinen Selbstwert steigern und meine Träume manifestieren. Und wir sagen das nochmal. In 2024 lerne ich mich selbst neu kennen. Ich werde meinen Selbstwert steigern und mir meine Träume manifestieren. Lass diese Worte mal ankommen in deinem Körper, in deinem Herzraum. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt lass gern dieses leichte Lächeln ein Strahlen werden. Und schau dich mal um. Schau dich um, wo du gerade bist. Und werde dir bewusst, dass in jedem Moment du die Entscheidung treffen kannst, dass du dir dein schönstes Leben erschaffst. Und die Zeit, um das zu tun, ist genau jetzt. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Power Talk heute gedient hat. Hören dir immer und immer wieder an, wenn es dir dient. Und ich wünsche mir für dich, ja, meine Intention für dich ist, dass du erkennst, wie wertvoll jede einzelne Erfahrung war, die du bis hierhin gemacht hast. Ja, zum Teil waren sie vielleicht schmerzhaft und unschön, aber sie haben dich zu dem Menschen gemacht, der du bist. Und diese Akzeptanz, das führt zu wahrhaftiger Selbstliebe, zu wahrhaftiger Selbstannahme. Und das wünsche ich mir dir für 2024. Und jetzt nochmal eine kleine letzte Einladung zu meinem Manifestation Bootcamp, der nämlich morgen früh um 10 losgeht. Also die Podcast-Episode kommt ja immer freitags raus, Samstag, Sonntag verbringen wir gemeinsam. Oder du holst dir die Aufzeichnung, wenn du das Ganze jetzt hier ein paar Tage später hörst. Wenn du wirklich lernen willst, aus deiner Authentizität heraus zu manifestieren, aus deinem Selbstwert heraus zu manifestieren und dir einfach klare Ziele für 2024 setzen möchtest, wo du auch dran bleibst, weil du von mir auch einen Step-by-Step-Action-Plan bekommst, dann lade ich dich herzlich ein, dabei zu sein. Es wird eine unglaublich kraftvolle Energie. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass der Bootcamp, obwohl wir nur zwei Tage miteinander verbringen, dir unglaublich viel Stärke geben wird, an deinen Zielen in 2024 dran zu bleiben und vor allen Dingen diesen Quatschi in deinem Kopf zu regulieren und in den Urlaub zu schicken, wie ich es immer so schön sage. Weil natürlich ganz, ganz oft sind wir voller Energie und voller Hoffnung zu Beginn des Jahres und dann geht die Energie und die Inspiration schnell wieder in den Keller, weil unser Quatschi im Kopf sich meldet und da ganz viel Selbstzweifel hochkommen. Und wir dann an uns und an unseren Zielen und ob wir es überhaupt schaffen können, daran zweifeln und damit gehen. Und mir geht die Motivation einfach in den Keller und das wollen wir vermeiden. Und deswegen lade ich dich jetzt hiermit nochmal herzlich zum Manifestation Bootcamp ein. Ich schicke dir jetzt aber erstmal ganz viel Liebe, ganz viel Positive Vibes in dein neues Jahr. Du findest natürlich alles in den Shownotes, wie immer in der Beschreibung. Ja, ganz viel Liebe an dich. Always remember the best is yet to come. Deine Nicole. Bis zum nächsten Mal. increíble horisch. Tschüss. Wir merken die Welt.